Hey, ich bin Dustin, der Gründer von Sternenglas. Mit 16 machte ich einen Schülerjob in einer kleinen Uhrenmanufaktur. Ich habe Ablage gemacht, Pakete gepackt und Uhren gebändert. Diese Zeit hat mich sehr geprägt und meine Leidenschaft für Uhren entfacht. Ich war fasziniert von minimalistischen Uhren, aber habe mich immer gefragt, warum gibt es eigentlich keine Designeruhren zu einem bezahlbaren Preis. Mit 21 entschloss ich mich, das zu ändern und wollte meine eigene Uhrenmarke gründen. Ich saß Tag und Nacht an Entwürfen, um die perfekte Bauhausuhr auf den Markt zu bringen. Doch ich scheiterte an meinen eigenen Ansprüchen und gab meinen Traum nach einiger Zeit wieder auf. Ich habe dann als Webdesigner gearbeitet, aber wirklich zufrieden war ich damit nicht. Schließlich hat es mir gereicht und ich begann nochmal ganz von vorn. Diesmal wollte ich es anders machen. Ein Uhrwerk, ein Design, ganz simpel. Meine erste Crowdfunding-Kampagne lief erfolgreich und ich war von meinem Produkt überzeugt. Doch es gab wieder ein großes Problem. Ich hatte mich für das falsche Glas entschieden. Ein neues, hochwertiges Glas musste her. Das Saphir-Glas, was seit jeher alle Sternlass-Modelle besitzen. Seitdem sind fast vier Jahre vergangen und wir sind zu einem Team von 21 kreativen Köpfen herangewachsen. Auch in Juweliergeschäften sind wir vertreten. Wir entwickeln uns stetig weiter und setzen Wünsche der Community direkt um. Elf verschiedene Modelle haben wir zur Zeit im Sortiment und das sind nur die aktuellen Designs. Wir sind alle gespannt, wo der Weg uns hinführt. Schau doch mal bei uns vorbei.